ja und damit willkommen zurück jetzt geht es weiter mit crash course ich nehme den opa hier den opa so starten wir jetzt wo der sonst oder was ist wir aus wie nur noch nie war crashen einfacher ich habe was zu sagen hört mal her ich hasse Ach, der Hubschrauber, mit dem wir abgeholt wurden, der ist abgestürzt. Ah, wieder alles in den Arsch. Ja, der Piloter muss nochmal einen Crash-Tours machen, ja? So, jetzt habe ich hier eine Pumpe. Ja, ich habe hier eine Pumpe. Ich mache hier das Knüppel-Ding hier aus Half-Life. Oh, hier irgendwie auf der Karte verlaufe ich mir hierbei. Guck mal, willst du nicht sterben, oder was? Oder jetzt hier auch? Oder hätten wir noch einen Charger? Müsste ein Charger sein. Na, ich weiß nicht. Er rockt und zockt. Außerdem sterbt er. Da ist doch noch ein Joker. Wo ist der? Ja, der hat sich hier irgendwo verbraucht. Können, doch. Hoppen. Aha. Jockey, oder? Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Boah! Ah, entschuldige. Hätte ich mal nicht so an, Mensch. Mit diesem Gewehr werde ich sie aufmischen. Äh! Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich glaube nicht, ey. Ich bin gerade hier reingelaufen. Da hätten wir so durch. Boah, ich verlaufe mich hier immer in diesem Scheiß-Puff, Alter. Sind das hier Pillen? Ey, das ist schön, wie deine Spritze, ey. Hast du voll vergessen? Ey! Boah, die Zunge durchbrennen. Und wo bist du, Arschloch? Da kommt der raus! Mein lieber Freund. So nicht. Da kommt ein Joker. Ein Jockey. Hehehe. Oh, komm her, hier. Lade nach! Oh, siehst du, ist immer noch schon fast wieder an der Haubitze. Ja, das ist, hier ist schon die Brücke. Da ist der Jar Jar Jar. Mensch! Ah, die Brutzi, die reißt aber auch nichts weg. Der Nachteil. Du hast viel Schuss, aber viel nicht Durchschlagskraft. Ja, das könnte nützlich sein. Ja, klasse Schuss, ja. Da hinten ist nicht mehr drin. Aber irgendwo mit der explodierenden Brücke, äh, geht jetzt heran. Ja, hier müssen wir hoch. Ne, da unten ist ne Knarre. Die war das. Wachen sie sich. Haubitze, achso, die müssen wir da... Achso. Deswegen ist das explodiert. Oh, ich schieß mal, ja? Jawoll, ey. So, jetzt haben wir hier Munition genug. Ey! Ey! Ey, ich brauche Hilfe! Ja, komm, auf einmal außen nichts hier. So, ich nehme noch mal Munition. Obwohl ich genug habe, aber ich bin auch da oben auf dem Truck, Alter. Da bin ich in Sicherheit. Geh hoch da, du Pflaume! Oh. Da kommt ein Charger. Ne, da kommt noch mehr Oha. Äh. Oh, da ist Toss jetzt. Oh, da oben noch einer. Oh, der hat mich in den Zungel geschnappt. Oh, Hilfe. Ich überentwürge mich hier. Oh, ist das böse schwer. Die muss mich einmal verarschen. Deck mich mal. Ja. Oh, ich kann die gleich mal decken, doch. So. Und nur von hinten, Alter. Ist ja voll klar, Alter. Ich brauche hier in die Ruhe, Alter. So. So. Dann müssen wir jetzt ja wohl, ja. Genau da hinten lang. Wir haben uns ja den Weg freigeschossen. Ja, hau bitte. Viele Brotten im Spiel. Äh. Fetzt mich aber ganz da. Ich hab den hier. Ja, wunderbar. Ich hab den hier. Ah, hier ist der Schutzraum. Dann hat man das klasse Finale. Wie steht da an der Wand? Ich hab Blows. Blow me up. Blow me up, ja. Ja, okay. Gib dir gleich mal Deckung, Baby, du. Decken sich gegenseitig. Das haben sie über Metal of Honor Frontline auch gesagt. Decken sich gegenseitig. Und einen Satz noch davor, aber der letzte Satz. Die decken sich gegenseitig. Ja, wenn genug mitmachen kannst, kannst du einen Kreis bilden. Ja. So. So, äh, die haben noch keinen Medipack. Jetzt haben sie alle eins. Eins ist noch über, dann werde ich mich nur verarzt. Äh, der mit über die Pillen. Sowohl, ne, die Pillen. Ein Medipack. Und, äh, und, äh, und, äh, ja. Andere nehmen wir wieder mit. Weil dann nehme ich den Knüppel, ja. Weil hier nehmen wir jetzt die Uzi gefällt mir nicht. Ich nehme wieder die am 16. Die ist gut, ey. Das ist kapiert, ja. Was haben die da alles hingeschrieben, ey. Boah, die hat einen geilen Sound, die am 16. Besser noch als IHK. Ich habe wieder die Zunge, hallo, Zunge. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich brauche Hilfe. Ja, jetzt hat es aber lange gedauert. Das hat man die erste Erlebnisse. Was soll ich machen? Ich hange an der Zunge. Oh, ne, hier ist ein Molotov. Boah. Das war ein guter Wurf, ja. Da habe ich auch noch zweiten Zock, um das hier gerade zu nehmen. Was war denn, Alter? So. Oh. Geht noch rüber, oder was? Boah. Boah, ich bin nicht da gerade drüber, das ist doch mal dahin. Ich kann ihm nicht helfen. Ne, die kriegen das schon hin. Oh, ne, alter. Oh, dann sieht die Alarm wieder aus! das wird das hier könnte nützlich sein decken sich gegenseitig Brandmonie das so, kommen wir schon zu mir hier ja wo hier ist ein Hunter versuchet der findet wir gehen nicht komm mal wieder zurück geht's denn hier weiter? ja eigentlich da hast du gesagt Klasse oder er ist den letzter durch ja komm jetzt machen wir Munition für die M16 da war da ist sie ne das ist sie nicht ah scheiße auf die wipsch man oh da ist ein ein Charger au oh auf mich zu schießen jurt so hör mal auf zu flammen schlägt das doch gar nicht die Säure ist gefährlich da muss man tierisch aufpassen lebt ja immer noch die Hexe wo ist denn jemand da ist sie da ist sie ne ein Glück mir ging echt das Metall aus hier drin ne oh oh jockey oh sag mal wo ist denn hat sich denn die Hexe verkauft da Oha Die Hoke voll, oder? Oha 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 Ach, da ist er ja Das hier ein Rauch auch cool ist Die M6 sind die richtig geil, die gefällt mir richtig gut, ey Das ist ja meine Lieblingswaffe geworden Warum der Sound, ey, ist so geil, ey Ja Gut hier Ja, ist ja gut Raus Hier auf Hier auch, zack Das wird ein Langenskapitel Let's see here Oh, ciao, ciao Da reicht ein ganzes Monit Sag mal Der lebt hier Oh Sag mal, was kann der denn einstecken? Das waren ja fast 100 Schuss, Alter Da müssen wir ein ganzes Leck, so wäre hier leer geschossen Letztmittel nehmen Na gut Was reicht Oh, ich brauche neue Muni, Alter, das ist Echt ein Level mit, äh, wo man auf Muni achten muss Hier ist nichts, ne? Doch, was ist denn hier noch Muni oder so? Nö Durch den Truckhof Durch den Truckhof Durch den Truckhof Ah, hier ist Muni, bei mir ist hier Muni So, ich mach mal nochmal ne Zigarette So viel Zeit muss sein Deck mich, ja Deck mich, ja Deck mich, ja, oder? Werfen wir den Generator an und holen den Lefkotter Da hab ich das denn im Porno aber bei YouPorn auch gehört Deck mich Deck mich hart Moment, ich muss erst heilen Leck mich Leck mich hart Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Muni Na da, da stehst du drauf, wa? Was gefällt dir? Pickschnitte 18, Alter Haha Pickschnitte 18, Alter Ich hab ja letztens mal bei YouTube da Irgendeiner die Venus Der war da auch bei Venus Und, äh, den war da die Pickschnitte 18, Alter Ah, in Grabs sind die versaut und verdorben, ja? Die jungen Mädels, so Auf der Venus Auf der Venus Und die ganzen alten Säckel da mit ihren Smartphones Filmen sie das da alles und Das ist die Fickschnitte 18, Alter Vor der, vor der Webcam, ja? Das ist ja der neueste Trend bei den 20-jährigen Mädels, ja? Die arbeiten alle vor der Webcam, Alter Was, was wir jetzt machen, weil hier eine MK ist? Ich weiß es nicht, äh, was der Quatsch soll, warum sie hier, äh, so eine fette Kanone hingebaut haben Das soll ja hier ein Finale geben Also, ähm, war das ja eigentlich, äh, beschrieben Aber was hier jetzt, äh, passieren soll, äh, weiß ich auch nicht Also, ich guck mich mal hier unten um Muss ich hier irgendwas aktivieren? Und das kommt natürlich, die Fickschnitte 18, die bei, das darf man ja nicht vergessen Die war vor 10 Jahren, war sie noch 8 Jahre alt Und, äh, ja, die ist schon ein bisschen älter, aber, äh, vor 10 Jahren hat sie auf ein Porno, äh, auf ein Smartphone ein Porno geguckt Vor 10 haben sie sich ja Pornos ausgetauscht und dass sie zersaut und verdorben werden, das ist völlig normal, ja? Sowas hat es in meiner Jugend aber nicht gegeben, ey Deswegen, also, ein Smartphone ist ab 18, Alter Ist da irgendwas? Haben wir hier irgendwas verpasst, oder was? Hä? Was da oben hier? Runners Was ist das hier denn für ein aufgebockter Wagen? Haben das dann mit was zu tun? Da oben ist noch ein Schutzraum, oder da oben ist noch... Ja, dann verhaste mich doch endlich mal! Oh, das war doch mal Zeit Wo hier oben muss das sein? Ahhhh Den Generator anmachen Oha, ja, dann gibt's Action, Alter Generator anmachen und dann reinrennen Dann müssen wir auch schnell wieder zum MG hin, weil ohne das MG haben wir ein Problem, ey Ich geh schon mal hin Das ging an, Alter Ich schmeiß das jetzt an Oh Ja, das sag ich auch öfters mal Ach du Scheiße Ich halte den Rücken frei Okay Damit hauen wir in der Reihe bestimmt ab mit dem Wagen Da vorne ist so ein Rammschutz dran, da müssen wir mit schifflichen Zombies fahren Oh Ey Ey Boah Der Top nicht runter der Wagen, aber der Hartt wohl fest Oh, hab ich noch Molly? Oh nee Aber das ist die MG natürlich gut, ja, die Gatling-Gun. Oh, das... Oh, ich kann sagen, alle wie die fliegen hier. Und die glöd, Alter, und da haut ein Vicky Muni raus, Alter. Ja, pro Minute da... Oh, und schau, und schau! Hey, mein lieber Freund. Und ich. Und die Munition da unten fliegt da raus, Alter, bei der Gatling-Gun, Alter. Das ist ne Männerwaffe, Alter. Alter, da braucht er lange, bis er runterfährt. Hey, der hat mich an der Weg gezogen mit der Zunge, ich brauch Hilfe. Ich brauch unbedingt Hilfe. Oh, danke. Ich schneide wieder hoch hier. Ey, 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 ey! Dick ist tot. Jawohl. Das war wieder ein Tank. Ich weiß nicht. So. Für dich immer, mein Freund. Ja, da könntest du mit der Gatling-Gun raufhalten. Ich weiß. Oh, da hat er einen Joker. Joker. Oh! Hey, hey, hey! Nee! Achoo! Ich muss nicht! Ich muss nicht! Oh! Mach zu mir! Ich muss nicht! Mach sie nicht! Aber Leute, die Gatling-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot-Fot. Das ist ein geiles Bild in einem Minigun, Alter. Ich komme halt bloß nicht so weit nach rechts, so gerade mal bis zu dem Weisen. Stromausfall! Was ist denn nun? Was müssen wir jetzt machen? Ohne Strom kommt das Teil hier nicht runter. Der Wagen. Stromausfall. So. Gut, dann gehe ich nochmal da oben. Ich weiß. Ich bin hier ein Charger, der kommt. So, wo ist der Generator? Der war doch hier oben. Wo ist denn der? Oh, da ist ein Charger. Ich hau ab, Alter. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich kann nicht so weit drüber ziehen. Ich bin da. Warte. Warte. Boomer. So, jetzt kann ich da hin. Nein, da haben die alle mit dem Zungel geholt. Ich brauche nicht mehr. Ich bin hier ganz alleine. Ja, die kommen. Die Bots kommen. Ja, das hält aber nicht mehr lange. Helfen. Helfen. Jetzt aber sofort. Komm, 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 komm. Actually, komm. Du wolltest mich doch gerade helfen. ich kann nicht mehr schnell laufen und verlässt in der Wagen, einsteigen! so, geil wir fänden die Sequenz, Alter pass auf jetzt, Alter geil ja, weil... war ja ein bisschen billig, ey ich dachte, die mähen jetzt nochmal mit dem Wagen so 100 Zombies in den Haufen das habe ich aber auch gedacht, dass da jetzt schön durchmäht ja gut, das waren nur 26 Minuten, das war ja harmlos das war wirklich ein Crashkurs, äh schnell wie ein Crashkurs, ja auf die Schnelle Fisch-Frikadelle ein Sturdlebacker wusste, dass er es anbaut hat mit seinem Kahn hier gleich eingedockt und hier ist richtig hier ist Disco-Zeit warum? weil alles nach Disco schreit das war fettes Brot, ey fettes Brot, Alter echt, Alter wer ist ein Bushido, Alter geiler Hip-Hop kommt aus dem Norden, Alter aus Hamburg, Alter der Versifft-Berliner Stadt, ey also alle vergessen, Alter Firma, Alter, das war früher noch meine Mucke, Alter die Firma, Alter Firma, Alter, das war noch richtig geile Mucke, Alter ja, der Klasse Bushido in die Tonne kloppen, Alter scheiß Agro-Scheiße scheiß Agro-Scheiße da Frauenbeleidigungen da das Mist gab's früher gar nicht fing mit dem Fantastischen 4 an und dann haben wir durchgerockt war ein Deichthint, Alter ich hab alle Platten hier aufgerufen muss ich hab die sechs Platten von Deichthint, ey ja